Die USA haben ihren Widerstand gegen den Einsatz westlicher Waffen auf russischem Staatsgebiet offenbar aufgegeben. US-Präsident Joe Biden hob nach Angaben eines US-Regierungsvertreters Beschränkungen auf, die es der Ukraine bislang untersagten, von den USA gelieferte Waffen auf russischem Gebiet einzusetzen. Dies gilt demnach allerdings nur zur Verteidigung der unter Beschuss stehenden Region Kharkiv. Am Verbot eines Einsatzes von Aterkums-Raketen oder von Raketen großer Reichweite im Inneren von Russland habe sich aber nichts geändert, sagte der Regierungsvertreter. Ein zweiter US-Beamter bestätigte die Angaben. US-Außenminister Antony Blinken hatte zuvor in der Frage bereits einen Kurswechsel angedeutet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky drängt die Verbündeten, ihm grünes Licht für Angriffe mit den von ihnen gelieferten Waffen auf Ziele in Russland zu geben. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich zuletzt dafür ausgesprochen, der Ukraine die Möglichkeit zu geben, für Angriffe genutzte Stützpunkte in Russland anzugreifen. Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich in dieser Frage jedoch weiterhin zurückhaltend. Er fürchtet, dass die NATO in den Krieg gegen Russland hineingezogen wird.